Die Firma Glattfelder stellt Papiere her, also Teebeutelpapiere, so das bekannteste Produkt. Mein Ausbildungsberuf ist Industriemechaniker. Duales Studium BWL Industrie. Meine Ausbildung als Industriekaufmann. Elektroniker für Automatisierungstechnik. Hier bei Glattfelder ist es dann so, dass man alle Abteilungen mal durchläuft. Unter dem Jahr gibt es dann auch verschiedene JAV-Versammlungen, wo man dann die ganze Azubis trifft. Wir haben in meinem Lehrjahr noch einen weiteren Industriekaufmann. Feuerhahn. Es war ganz lustig, weil ich hatte kein reguläres Bewerbungsgespräch, sondern ich war ein Jahr im Ausland und habe dann das Gespräch per Skype sozusagen gemacht. Bei uns ist es wirklich sehr lecker. Da gibt es jeden Tag Salatbuffet, Hauptgang und Dessert. Wir sind ja ein amerikanischer Konzern und dann duzen wir uns alle. Ich grüße meine Elektroabteilung. Und man hat sich dann gleich ganz alkohol gefühlt. Es ist ein schönes Erlebnis, weil man halt weiß, irgendwie ist ein Teil von dem Ganzen auch von mir halt. Wir möchten mit dir Erfolge feiern, von Jahr zu Jahr in deiner Ausbildung. Wenn du das auch möchtest, dann bewerb dich bei uns. Wir freuen uns.